Sakura, das hättest du nicht machen sollen. So, schön auf die Mumu! Bam! Ausreichen! Wenn sie was sie kann, ist Kack! Verpiss dich jetzt mal! So mach ich das, also Digger! Aber alles weicht natürlich aus! Dann machen wir's auf die... Komm her, dann machen wir's schnell jetzt! Jetzt weiß ich wenigstens wie man seine Super Jutsus aktivieren kann! Digger! Ja, das bist du Naruto! Scheiße, hab ich jetzt nicht so ganz drauf geachtet! Digger! 66! 3440! Esrahn! Der Engel! 815.000 Sturmpunkte erreicht, Titel erhalten! Ah! Entschuldigung! Ausgewogenheit siegt! Schon krass, ey! Schon wieder bei 815.000, Leute! Ich weiß gar nicht, wo wir angefangen haben! Da haben wir einiges draufknallen können, ey! Ach, mit R, T und L, T kann ich ja noch Würfe ausführen! Alles klar, das wäre dann unser Sparing-Match! Puh! Absolut irre! Du warst echt klasse, Sakura! Und du natürlich auch, Naruto! Ich bin zentral hin und weg! Hör zu! Beide zu sein reicht nicht! Du musst analysieren, wie wir uns bewegen! Eingriffe blocken! Und in welchen Rhythmen sie uns verteidigen! Alles klar! Also gut, Naruto! Zeit für eine weitere Runde! Noch eine! Eine einzige Runde reicht nicht, damit sie das studieren kann! Zeigen wir ihr, wie das gemacht wird! Und legen wir ihr noch einen Zahn zu! Tut mir leid, Naruto! Bitte! Alles klar! Dann zeig mir, was du alles drauf hast! Gut, das ist Zeit für eine echte Action! Halt die Augen auf und lerne! Kleine! Jetzt wirst du sehen, wie echte Ninjas kämpfen! Ja! Also wenn du sehen willst, wie echte Ninjas kämpfen, sollten wir auch einen vernünftigen Gegner suchen! Nein! Ähm! Wo wäre die Gesalbe? Alles Paletti! Passt! Ja! Bin ich! Ein weiterer Kampf gegen Sakura Haruno! Har... 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 Haruno? Haruno ist schon richtig gewesen! Selb dem ich ja nachnehme! So! Kunst des Tausches! Viermal eingesetzt! Ey! Ich bin voll ausgewichen, ey! Ob du hässliches kleines Stück Scheiße! Kassierst du direkt, Alter! Scheiße kann ich auch! Alter! Fick dich! Es gibt's doch nicht! Ich will halt mal was ausprobieren! Jetzt! Gib's! Auf die Fresse! Hör... 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 Fick dich! Ja, genau! Was soll denn das? Hör... 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 Ja, natürlich... Weißt du, wenn sie das macht, dann ist das natürlich... Ausweichmöglichkeiten ohne Ende! Und wenn ich diese Scheiße hier durchziehe, ist das nicht zu handeln oder was? Das gibt's doch nicht! Fresse jetzt, Sakura! Und jetzt... Alter! Ja, natürlich! Das ist total wieder sinnlos, Alter! Sakura, du blöde, blöde, dreckige Schlampe! Stimmt jetzt! Ey, das gibt's doch nicht jedes Mal! Das kann's doch nicht sein! Guck's dir an! Da kannst du ausweichen, wie du willst! Es interessiert sie nicht! Warum interessiert es sie nicht, wenn ich ausweiche? Hat sich ein Magneten da irgendwie dran, dass sich die hier jetzt mal rangezogen werden? Dann sieht sie so scheiße aus! Ja, genau! Renn an hier vorbei, Naruto! Das hat Stil und Sinn! Na, vielen Dank auch! Direkt noch hinterher! Ey, einfach nur aus Frost! Kleine! Dreckige! Blöde! Schlümpel! Ja! 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 Piss dich jetzt, ey! Scheißegal, hab ich irgendwas gebacken kriege, ey! Feierabend jetzt! Gebrot mal mit dir zu spielen, ey! Oh! Entschuldigung! Vielmal ist mir scheißegal! 77, 57, 34, 35, 5100, Linie-Info-Karte Nummer 105, 82.000, äh, 28.000 Sturmpunkte erreicht. So, es ist nicht mehr so in diesem 500-Teil-Bereich, ey! Wie es letztens hier an Zeit so war. Alter Schwede! Naja, vergess es. Puh, das sollte genügen. Ja, ich habe echt viel gelernt. Und ich könnte mit Naruto reden. Ich bin so glücklich. Es freut mich, das zu hören. Also dann, ich muss das gleich in meinem, in einem Bericht zusammenfassen und weiter lernen. Ja, äh, bis zum nächsten Mal. Klar, bis bald. Ja, ja, danke. Die Kleine ist ein interessantes Kind. Siehst du, unschuldig, stimmt's? Ich kann's nicht ändern. Ich muss ihr einfach die Daumen drücken. Ich würde dir empfehlen, nett zu ihr zu sein. Ich glaube nämlich nicht, dass du noch viele weitere Fans treffen willst. Was? Warum bist du so heute so rühne, Sakura? Was ist los? Ach, nichts. Auftrag erfüllt. Wird's. Panzer zerstörende Fallspitze. Speichern. Ich will, dass die Kleine ohne Probleme groß wird. Ich muss auf sie achtgeben und aufpassen, dass sie nicht verdreht. Wie, wenn verdreht wird. Wie, andere, die ich kenne. Ich hätte Frosch-Großvater nicht so lange warten lassen. Ja, aber ich will nochmal eine Puppe einsammeln. Puppe ist noch drin. Oh, jetzt ist meine Stimme ein bisschen. Ein bisschen heiser. Wir müssen auch schon wieder 23.01 Uhr. Wir laufen nochmal in die Wüste. Da treffen wir mich auf drei Stück. Das ist ganz nicely. Ich hoffe, so weit kommen wir überhaupt. Darum ist nichts zu finden. Jedenfalls keine Ton-Ton-Perlen. Ladeln. Natürlich könnte ich jetzt mit der Geschichte einfach so durchrushen, aber... Ich weiß nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, mit einer Geschichte irgendwie durchzurushen. Ton-Tons-Perle! Man möchte ja schon die ganzen Aufgaben mal mitnehmen. Das Feeling dazu bekommen. Und halt mal die ganzen Nebenaufträge halt mal so machen. Kennt er ja. Und wir haben halt schon vier Storys so gemacht. Und das Feeling würde ich jetzt sagen, jetzt machen wir mal ein bisschen Nebenmissionen und sowas. Da haben wir ja welche. Haha, ich habe eine Kopie entdeckt. Ja, neutralisieren. Du hast nicht die nächste Chance für eine Kopie. Ich kann nur ihn auswählen. Scheiß. Nein, ich bin nicht bereit. Wundsalbe. Willst du mich verarschen? Auf jeden Fall nochmal Wundsalben kaufen demnächst. Ja. Ah, wir Anime-Fans sind schon perverse Leute. So ein Zaubertrick, damit du die Figuren aus dem Anime rausholen könntest und dann... Ah, das wäre geil. Feind benutzt laufend Nenjutsu. BOOM! Vielleicht mal hinterher hier. Nicht lange schnacken hier. Direkt alles Niedersmashen ist. Ah, das ist ein Zaubertrick. Super, dass meiner total schnell und ohne Probleme auf sie zusprintet. Alter. So, jetzt komm her. BAM! BAM! Von oben drauf. Ja, das kennen wir ja schon. Geschafft. 57, 65, 2086, 2458, 825.000 Sturmpunkte erreicht, Titel reichen mit dem Rennen Garn. Das ist mal Teamwork, wenn die Anzeige voll ist und deine bestimmte Meinung drückt, dreimal Y und dann B, stärkes, ultimatives Team hierzu. Dreimal muss Y drücken, Beinzeit, drei oder B, dann kommt das ultimative Team hierzu. Muss ich mir auch unbedingt merken. So, die nehmen wir mal mit. Und dann gucken wir jetzt noch einmal Wüste. Zur Wüste geht's da lang, aber erstmal nehmen wir Tontons Perle mit. Wer sich fragt, woher ich das weiß, das ist ganz klar. Wenn sowas offensichtlich rumliegt, dann ist es meistens Tontons Perle. Wenn zum Beispiel ein Rabe davon wegfliegt, dann ist es nicht Tontons Perle. Erkennt man also schon ziemlich easy. So, da hinten sind sie ja, glaube ich. Puh. Das wird schwer. Das wird verdammt schwer. Dieses Gefühl, das sind definitiv einige von den Kopien. Kopien neutralisieren. Wie kannst du es wagen vorzugeben, du wärst ein Mensch? Das werde ich dir zeigen. Naruto. Wer erlaubt dir, über andere zu richten? Wenn es ein Mensch sein will, lass es doch. Kann ich hier seine Gefühle so haben, wie er will? Bist du bereit? Ja. Scheiße, das wird jetzt schwer. Das wird jetzt richtig schwer. Oh Gott, 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 oh Gott. Zwei Verteidigungstypen hat er dabei. Okay, hier Verteidigungstärke wächst, plus fünf. So, jetzt mal ein bisschen Distanz hier hinkriegen. Was soll das denn jetzt? Warum konnte ich jetzt... Echt hardcore, da war ein Angriff zu starten, Alter. Dem kann... Nicht ausweichen. Ja, auf mit deinem Scheiß. Ja! Ist gut. Ja, das war gut. Ein bisschen Energie sammeln. Ja, erwischt. Unhaftsamer Moment. Er hat sich zu sicher gefühlt. Schön mit dem Special Jutsu das Ende eingeleitet. Es ging doch besser, als ich gedacht habe. Jetzt hat er das wird ein bisschen schwieriger. Aber er hat sich doch... geloopt. S-Rang. 4770. Sasori. 83.000 Sturmpunkte reich. Hilfsart freigeschaltet. Was ist denn eine Teamanzeige? Okay, Leute, jetzt werde ich nochmal schnell in die Stadt laufen. Es reicht jetzt erstmal wieder an Special Kämpfen hier so nebenbei. Uhhh... ! ! ! ! ! ! ! ! ! wallpaper à !